Hallo, ich bin Daria und heute machen wir schon unseren zweiten Unterricht. Bist du bereit? Dann geht's los. Übung Nummer 1, Ballettmarsch, aber heute mit gestreckten Beinen. So, Hände auf die Position, fest und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zeige sie auch von der Seite, so sieht das aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, gleich mit Musik. Musik Machen wir einen kleinen Pass. Anrichtung? Musik Und Stopp. Super. Übung Nummer 2. Füße zusammen. Hände auf die Position. Festhalten. Und Hochzehen auf die halbe Fußspitze. So, ein, zwei, drei, vier, hoch und ab, hoch und ab, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, können wir das sofort mit Musik machen? Ich zeige jetzt auch von der Seite. Und Stopp. Oh, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. Hände hoch und halten, halten. Und noch eine, hoch, 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 sehr, rüber. Und ab. Übung Nummer 3. So machen wir das jetzt. Im Kreis werden wir sehr, sehr schnell laufen. So. Heben wir Knie hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und im Kreis. Sehr, sehr schnell. Mit Musik sofort. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich mache sofort Musik an und tanzen wir zusammen. Musik Kannst du jetzt diesen kleinen Tanz langsam und langsam zu Hause lernen und dann, wenn wir uns wieder treffen können, tanzen wir alle zusammen im Ballettklasse. Nächste Übung machen wir auf der Matte. Und erste Übung für unsere Füße, Hände auf die Dage. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann beide Füße, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann sofort dehnen und dehnen. Jetzt mache ich Musik an. Musik Musik Da ist es los. Gut. Gut. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. So, let's do it. Übung, Füße und letzte Übung, Bein aufmachen und erst zu einem Bein, zu anderen Bein. Und jetzt nach vorne, ganz bisschen nach vorne und halten. Und jetzt die Beine entspannen. So, das war unser Unterricht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.